Guatemala am Weihnachtsmarkt in Weidhofen. Im ersten Stock des Rothschildschlosses findet sich der MOTS-MAYER-Stand mit wundervoller Maya-Handwerkskunst. Das Gesamtprojekt dient der Ausstattung der Maya-Hebammen, die ohne Bezahlung ihr menschliches Werk in abgelegensten Regionen tun. Und der Geheimtipp des Winters? Es gibt heuer das heiße Maya-Kultgetränk Kokai. Und der Geheimtipp des Winters